Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Beschützender Fracht anzunehmen bei Huldav im Loch Moudan an dieser Stelle. Vorquest war Nachschub für die Auswahlungsstätte. Und jetzt dürfen wir hier warten und Mobs töten. Normalerweise müssten immer wieder ein paar Mobs auf uns zustürmen und die müssen wir besiegen. Schaut mal, da spawnen sie auch. Und mal schauen wie lange wir das ganze machen müssen. Ich denke mal so 3-4 Wellen müssen wir schon besiegen. Vielleicht sind es aber auch nur 2. Was ist das? Sion. Sion. Hm. Na. Kommen noch welche? Ach schaut mal, da kommt er. Und jetzt heißt es spät mit Ausgrabungsleiter Eisenband an Eisenbandsausgrabungsstätte im Loch Moudan. Alles klar, machen wir. Jetzt hier entlang. Mobs ausweichen. Und hier sind wir. Die Quest ist abzugeben bei Ausgrabungsleiter Eisenband im Loch Moudan an dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.